Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video meiner Serie IMAN TV Analyse. IMAN TV besteht ja aus Menschen, die eine Behauptung aufstellen, die völlig absurd ist, und dann, weil sie diese absonderlichen Behauptungen nicht belegen können, fordern sie andere auf, diese unbelegte Behauptung zu widerlegen. Herzlich willkommen bei Überzeuge uns vom Gegenteil der Live-Sendung hier auf IMAN TV. Die Sendung lautet Mohammeds Wahrhaftigkeit ist bewiesen. Wir laden nicht muslimische Zuschauerinnen und Zuschauer ein, diesen Stream zu teilen und natürlich auch heute Abend Gast in der Sendung zu sein. Na gut, das ist deren Konzept, wobei natürlich normalerweise der oder diejenige, wo eine Behauptung aufgestellt wird, die dann auch in der Lage sein muss, diese Behauptung zu belegen. Nur IMAN TV schafft das nicht und deswegen gehen die zu den Zuhörern. Na, was haben unsere Helden denn diesmal wieder geschafft? Na, es ging wieder mal um Mohammed, eine Figur des Islam, so wie ja schon öfters. Und egal, wie oft ich die Behauptungen von diesen Islam-Apologeten bei IMAN TV widerlege, sie machen die nächste Sendung mit genau diesem Thema und wiederholen die alten, abgedroschene, müden Behauptungen. Egal, dass die ja widerlegt wurden. Es ist denen völlig egal. Wahrheit und Integrität spielen hier keine Rolle. IMAN TV lügt, betrügt und verbreitet Falschaussagen, so wie es ihnen beliebt. Geld machen ist wichtiger als Ethik. Es ging zwar um Mohammed in der Sendung, aber Anhänger von Krishna oder Jesus zu kritisieren, war wichtiger für die. Und auch okay für den Moderator, der diesmal heftig als Teilnehmer dabei war, war alles kein Problem. Solange es Muslime sind, die das machen. Sie sind einfach nur Heuchler, die immer mehr Werbeunterbrechungen einfügen, um Geld einzunehmen und dann behaupten, sie seien an einer Diskussion interessiert. Quatsch. Es geht darum, andere vorzuführen, um die Überlegenheit des Islam zu demonstrieren und dafür von den Anhängern Geld zu kassieren für diese Performance. Aber hier wird knallhart gelogen, auch zum Beispiel, als sie behaupten, sie würden niemanden blockieren. Also, mich hat Mama eingeladen, und zwar wörtlich, in der Sendung sagte Amir, ja, komm doch rein und unterhalte dich mit uns. Als ich im Wartebereich war, wurde ich sofort blockiert. Amir, der Moderator, der brauchte meinen neuen Kanalnamen, um mich blockieren zu können. Und deshalb kam die Aufforderung, doch mitzumachen, nur um mich zu blockieren. So, wie ja jeder blockiert wird, der sich mit dem Islam auskennt. Egal ob Christ, Jude oder keins von beiden. Man kann das ja aber auch ganz leicht überprüfen. Weil bei mir ist es ja nochmal ein Sonderfall. Man muss ja einfach im Schreibchat einfach mal Stefan Kees eingeben. Wenn es stehen bleibt, dann liege ich falsch. Dann nehme ich das zurück und entschuldige mich. Aber wenn es geschluckt wird, dann lügt E-Mahn-TV. Also, ich habe es probiert, andere auch. Und erst, als es extrem falsch buchstabiert wurde, also mit fünf E's und weiß ich was alles, dann konnten die aufgefordert werden, mich doch mal mitmachen zu lassen. Was bezeichnend war für mich jedenfalls, ist das Plaudern aus dem Nähkästchen. Weil man nicht einen Link anklickt und dann reingelassen wird, wie das ja üblicherweise bei uns ja auch. So machen wir das. Nee, nee, nee. Hier gibt es einen vorgelagerten Warteraum, wo erstmal geprüft wird, ob man auch wirklich reingelassen werden kann. Erst dann kommt man in den eigentlichen Wartebereich, aus dem man dann erst in die Sendung reingeholt wird. Die haben so viel Angst. Den größten aller Propheten und den tollsten aller Götter auf ihrer Seite. Aber Schiss wie ein kleines Kätzchen. Das zweite von den drei Sachen, die ich mir für heute rausgepickt habe, ist die Behauptung, Mohammed sei wahrhaftig. Seltsames Wort. Das Wort selber, wahrhaftig, kann sich auf einen richtigen Inhalt beziehen, aber auch auf die tatsächliche Existenz von etwas. Der Muslim kommt daher und sagt, Mohammed hat existiert und er hatte diese Attribute, diese Eigenschaften mit diesen Tätigkeiten zu diesen Zeiten. Dann ich als Skeptiker sehe nach, finde aber keinerlei Belege, dass dieser Mohammed, so wie in der Sunna beschrieben und von Iman TV dargestellt, dass der so existiert hat. Also lehne ich die Behauptung ab, solange bis Belege vorliegen. Das heißt nicht, dass A, dieser nicht existiert hat, nur weil ich nichts finde. Und B, ich behaupte, er habe nicht existiert, nur dass ich keine Belege finde. Und weil das sehr oft für Konfusionen sorgt, dann erläutere ich das mal ein bisschen. Es ist genauso, wie ich nicht weiß, wie viele Kugeln in dieser Maschine sind. Und ich auf die Behauptung hemmen, die Zahl der Kugeln sei ungerade, lediglich sage, dass ich dies nicht glaube, bis es irgendwie belegt wird. Aber ich nicht sage, nein, sie ist gerade. Ich bin also hier Agnostiker, weil ich es nicht weiß und gleichzeitig ungläubig, weil ich keine Daten oder Fakten habe, die einen Glauben in die eine oder andere Richtung beeinflussen könnten. Das muss man verstehen, so als kleinen Ausdruck aus der Epistemologie. Daher gibt es auch keine Möglichkeit, einfach glaubhaft zu sagen, Mohammed war so oder so, sondern kann nur sagen, dass dies in alten Texten so behauptet wird. Also ist es doch unwichtig, im Grunde genommen, ob Mohammed, weiß ich nicht, als Lügner oder verrückt bezeichnet wird. Was wichtig ist, was als Botschaft überbracht wird. Und das ist ja wenig Gutes. Unsere Gehirne werden jetzt mit einem unglaublichen, wie soll ich das nennen, Argument konfrontiert, das ja so unglaublich dumm ist, dass es weit jenseits meiner intellektuellen Verarbeitungskapazitäten liegt. Prämisse 1, stell dir vor, es schwebt ein Drache vor dir, der rötlich, grünlich oder bläulich ist. Prämisse 2, der imaginäre Drache ist nicht bläulich oder rötlich. Schlussfolgerung, der Drache ist grünlich. Sagenhaft. Er erfindet etwas und sucht dann nach Sätzen, die das als Schlussfolgerung haben könnten. Es wird gar nicht der Versuch gestartet, überhaupt erstmal zu belegen, dass ein Drache existiert. Dann werden aus Millionen von Farben einfach drei ausgewählt. Warum auch immer die drei? Um so zu tun, als sei das logisch. Aber was ist mit den anderen Farben? Oder roten oder schwarzen Punkten und einem Rallyestreifen? Das wird einfach ausgeschlossen. Ein Überraschungsgast hier war Ananda, ein Anhänger Krishnas. Einer der Hauptgötter der Hindus. Tja, und plötzlich war Mohammed vergessen und was anderen strikt verboten wird, passiert den Muslimen, die versuchen, mit einer neuen Göttlichkeit klarzukommen, die ihnen eigentlich nichts sagt. Sie scheinen jetzt im Hintergrund hektisch nach Krishna oder den Weden zu suchen, nachdem sie ja eine Woche vorher von Torge damit schon konfrontiert wurden. Und es folgt das übliche Prozedere, wo ein Sertac endlos redet und redet, wo es doch angeblich darum geht, ihn vom Gegenteil seiner Behauptung zu überzeugen. Und er nimmt Ananda in die Zange und versucht etwas Fehlerhaftes zu finden, anstatt einfach mal etwas anzunehmen und sich auf das Thema zu fokussieren. Naja, da mischt sich auch noch der Moderator ein, aber ganz schön heftig, der hier eigentlich nicht in eine Diskussion als Teilnehmer eingreifen sollte. Naja, Heinrich der Christ stößt hinzu und macht die Leute von Iman TV auf einen Denkfehler aufmerksam, indem er aufzeigt, dass die Prämissen von Sertac falsch sind. Weil die ein Mohammed auch getäuscht werden konnte, sich geirrt hat oder krank war. Aber da lassen sie sich nicht drauf ein. Sie hatten, du musst dir vorstellen, er hat in einer Gesellschaft gelebt, wo man neugeborene Mädchen lebendig begraben hat. Ja, das ist auch so eine Behauptung, die eigentlich durch nichts belegt werden kann, aber immer wieder vorgebracht wird, weil es ja so laut Koran verstanden werden kann. Na gut, das dritte, was ich mir aus der Sendung rausgepickt habe, ist das Konzept von Prophetsai-Jungen. Was ja trotz aller Widerlegung und dem ständigen Auslachen immer wieder vorgebracht wird. Die lernen das nicht. Apologiten allgemein sind nicht imstande, die rationalen Einwände zu verarbeiten und legen immer wieder die alte, zerkratzte Schallplatte auf. Der Engel Gabriel sagt, nun berichte mir von der letzten Stunde, also wann der jüngste Tag eintreten wird. Der Prophet antwortete, der Befragte weiß nicht mehr davon, als derjenige, der fragt. Also ich weiß es nicht. Dann sagt der Engel Gabriel, dann berichte mir von seinen Vorzeichen, also etwas, was vor den jüngsten Tagen noch geschehen wird. Da antwortete der Prophet Mohammed, dass du barfüßige, mittellose Hirten siehst, die beim Bau von hohen Gebäuden wetteifern werden. Daraufhin wird er gefragt, wer sind denn diese barfüßigen, mittellosen Hirten? Das könnte ja irgendeine unentdeckte Zivilisation, alten Maya sein. Nein, er sagt, die Araber. Und unter den Arabern gab es eine klare Trennung. Die Stadt Araber und die Wüstenbeduinen. Also barfüßige, nackte, mittellose und so weiter. Und dann hohe Gebäude. Die Stunde wird kommen, in der du barfüßige, nackte, mittellose, also da gibt es verschiedene Versionen, die in verschiedenen Hadithen dann anders dargestellt werden oder anders übersetzt werden, weil die nicht so klar sind wahrscheinlich. Also worauf das hinausläuft, ist eigentlich, dass die Sklavien, die ihren eigenen Herrn gebärt, das dann auch ein Vorzeichen ist. Wenn die Nackten, die barfuß sind, die Herren der Leute werden, dann gehört das auch zu den Vorzeichen. Und wenn die ungebildeten Kameltreiber Hochhäuser bauen, so gehört das auch zu den Vorzeichen. Es gibt also mehrere Versionen dieser völlig nichtssagenden Aussage. Sie bezieht sich auf den Weltuntergang, der ja laut Islam, also laut Mohammed, schon vor tausend Jahren hätte stattfinden sollen. Nur scheint Mohammed kein so versierter Prophet gewesen zu sein oder war bei der Gesellenprüfung für kleine Propheten irgendwie durchgefallen. Stattdessen geht man von einer vagen Behauptung auf, dass ja bestimmte Sachen Anzeichen sind, dass dieser Weltuntergang dieses Mal aber ganz bestimmt kurz bevor steht. Und das macht man jetzt seit tausend Jahren. Diese Prophezeiung wird getätigt zu einer Zeit, wo die Araber nicht hohe Gebäuden bauten. Die hatten nicht mal Stockwerke. Ganz im Gegenteil, sie haben sogar unterirdisch gebaut aufgrund der Hitze. Naja, und hier habe ich mich weggeschmissen und da hatte ich einen Lachkoller. Dieser Intelligenzbolzen zerstört die eigene Aussage, indem er ja sagt, dass für Araber selbst ein Haus aus vier Wänden schon hoch war. Das heißt, wenn die unterirdisch gelebt haben, ist ja jedes Stockwerk schon fast ein Wunder. Das heißt, die sogenannten Zeichen, die ja wie im Islam üblich lediglich unvorstellbare Vorkommnisse waren, also für damalige Verhältnisse, die Sklavin, eine Herrin, Gebärd oder Unwissenheit, Trunksucht etc. Alles allgemein werden und so auch hohe Gebäude. Naja, und wenn das passiert, dann kommt dann demnächst dann tatsächlich das Ende der Welt. Was genau ist denn hoch? Drei Meter oder fünf oder 50 oder 500? Ist das hier aufgeführt in irgendeiner Weise präzise oder spezifisch? Das ist ja das, was die behaupten. Es sei präzise oder spezifisch. Allerdings, und das, was diese Sache zu einer Prophezeiung macht, ist, dass die Prophezeiung sehr spezifisch ist. Und dass Dinge enthalten sind, die nicht aus dem damaligen Kenntnisstand der Menschen abzuleiten sind. Menschen haben doch schon immer gegeneinander konkurriert. Also ist ein Mensch, der ein Haus baut, nicht anders. Man will etwas Besonderes erschaffen oder besitzen. Nothing new. Hier zum Beispiel sind es zwei Gebäude in New York, die wirklich und tatsächlich einen Konkurrenzkampf hatten. Nicht vorgetäuscht, sondern tatsächlich. Und das waren keine Muslime. Und das war vor 100 Jahren. Wenn ich jetzt der ziemlich einfältigen Behauptung folge und hohe Gebäude so interpretiere, wie wir sie heute kennen, obwohl das ja gar nicht drin steht, was haben wir denn dann? Also der Initiator des Burj Khalifa, wie ja auch des Burj al-Arab und der ganzen künstlichen Inseln, das ist der schwerreiche Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktoum, der nie barfüßig rumlief oder nackt war in der Öffentlichkeit. Der war weder mittellos, noch war er jemals ein Hürde. Auch seine Eltern nicht. Gebaut wurde es von dem Konsortium unter der Federführung von Skidmore, Owings & Merrow in Kalifornien. Also nicht Muslime. Dann haben wir den chinesischen Shanghai Tower, auch von Nicht-Muslimen erbaut. Die Behauptung ist also völlig bizarr und bar jeglicher Beziehung zur Realität. Es sagt nicht, was, wann, wie, wodurch geschehen wird. Da ist nichts. Warum wird das andauernd vorgebracht, wenn es doch so extrem einfach ad absurdum geführt werden kann und man sich doch nur darüber lustig machen kann? Oh boy. Vor allem hat es doch keinerlei Einfluss auf die Existenz von Mohammed, dem ja irre viel Blödsinn nachgesagt bzw. angedichtet wird. Da dann irgendetwas rauszupicken und mit Gewalt in eine Schablone, markiert als Prophezeiung. Das da reinzupressen, das ist doch reine Verzweiflung. Okay, so viel so dieser eher für Islam-Apologeten, nichts-sagenden Sendung. Vielleicht hat ja wenigstens eines stattgefunden, nämlich die Erkenntnis gebracht, dass nicht nur Anhänger des Christentums, des Judentums, den Islam als absurd ablehnen, sondern andere Glaubensrichtungen auch. Vielleicht denken Sie ja mal drüber nach, was da schiefläuft und wie tolerant doch andere sind, man daraus lernen kann. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao for now. Ciao. 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 Ciao.